hallo leute und willkommen zu einer weitigeren kategorie in meinem kanal und zwar geht es heute um unboxing ja und wie ihr sehen könnt habe ich mir ein kleines suchtspiel geleistet und dann natürlich gleich in der collectors edition so nachdem man das aufgemacht hat sieht man gleich nachdem ich hier ein bisschen probleme hatte kameraführung und nur eine hand zur verfügung ist eben ein bisschen doof dass als aller oberstes das artbook von world of warcraft mist of pandaria liegt ja richtig cooles teil werde ich mir auf jeden fall noch zu gemüte führen aber erst mal naja gibt es ja noch interessantere sachen in diesem kistchen und zwar hätten wir da jetzt das mousepad werde ich auf jeden fall wieder benutzen viele sagen oder hinstellen ich benutze es ganz gerne so außerdem ist es toll so dann haben wir dvd mit making of und comments von allen möglichen leuten finde ich auch eine sehr interessante sache gucke ich definitiv noch ein und da kommen wir schon zur hauptsache das spiel und da heute der 24 ist kann ich so nicht mehr installieren naja mal gucken vielleicht werde ich mich nachher einfach mal dran machen und der letzte punkt natürlich der soundtrack und das ist richtig genial wenn ich den für meine let's plays benutzen könnte ich würde sofort tun also kann ja mal dazu sagen ich habe alle collectors und auch alle soundtracks ich finde es wirklich absolut episch was da drin steckt so was gibt es sonst noch großartig zu erzählen ich wollte einfach mal probieren mit einem unboxing wollte ich einfach mal zeigen dass ich heute mein amazon paket bekommen habe und mal gucken ob ich heute abend schon ein bisschen absuchten kann finde es auf jeden fall richtig richtig nice ich hoffe ihr hattet spaß und wir sehen uns dann hoffentlich zum nächsten video von mir mal gucken was es wird bis dann ciao